Er läuft Ganz ehrlich, ich nehme jetzt das Eisen nicht mit, weil es sonst zu easy wäre Spaß Nein Vibriert so hässlich Das Stimme ist übrigens schon anders, kann man jetzt falsch verstehen Ja, geh rein Nein, was ist das für ein Lappen? Alter, wie lächerlich Ich kann keine Freunde mehr annehmen Ich kann keine Freunde mehr annehmen, weil da steht, du kannst nicht mehr als 500 Freunde haben Wie lange streamst du? Keine Ahnung, lacht schon mal Du brauchst doch auch einen gewissen Schlaf Kannst du mal die Schnauze halten? Hey Tim Mhm Ich habe ein Steinschwert und ein Holzschwert Ja Ja Ja, das wollte ich sagen Du musst das Holzschwert benutzen Okay Hi Jonas Hi Jonas Soll ich komm? Ich glaub du willst, dass ich komm, oder? Hi Hi Dieser Skin ist zu geil Dieser Skin ist zu geil Loi, Vastja ist hier Okay, natürlich Ja, Loi Junge Der Kerl war zugeschaut Hey Geld bei mir fährt so oft zur Zeit irgendwie der Frankenwagen oder die Polizei Ja, die wollen halt gucken, ob du psychisch ähm Ähhhh Ja, jetzt fehlt dir das Wort ein Scheiß Ich hab halt einfach lieber die Schnauze Das ist ganz alle besser Hat man eigentlich mal eine Tastatur? Nee Mh nee, aber du bist trotzdem scheiße Okay Ja, das passt Ich hab schon drei Mäuse hinter mir Also, okay Hinter dir, okay Dann leg sie doch mal vor dir Ich hab sogar nur vor dich gesagt Ja Soll ich sonst sagen, vor dir oder was? Will ich nicht Ich überlege gerade Äh, aber ich glaube man Vielleicht ist es vor dir oder nicht? Ja, abstauben Nein Alles klar Ja Ja Ähm, warte, du musst hier noch kurz das Holz setzen und dann... Ja, das ist gut Schau, wenn du es jetzt anguckst, dann siehst du direkt die Proportionen in diesem Bauwerk Sollen wir es denn gleich noch behinderer machen? Ja Ja, okay, dann lass mal machen, warte Die kostet die Hälfte denn? Aber ja jetzt... Ja, das war ja jetzt allgemein auch crazy Ja, könnt ihr vielleicht nochmal zu dritt sprechen, dann verstehe ich nämlich überhaupt nichts mehr Okay, also drei, zwei, eins, ja, ich bin halt... Ja, jetzt halt hier mitmachen Hmhm Hey, wie viel schau ich an kurz zu Jonas? 81 81 Ich war er! Hä hier, Jonas schreit erstmal rein, alter das problem ist auch ich habe gerade 83 und die code 26 das heißt seine sprache kommt 70 sekunden eher an als 70 millisekunden mehr ja wie wärs mit schnauze und darauf mit der mathematischen gleichweise und brauche ich bin so brainer fk man es ist abnormal und welches thema waren wir gerade überhaupt ich hatte es noch mal genau Prozent ja kommt die und lustig ich habe guckt nicht daran wenn ich bin so brainer fk sie so gut so wollen Prozent er ja die war okay und die schön aus so das keine Ahnung wer gibt es zu ich bin ich gar nicht mit ihrem Team Niko das ist nicht überhaupt nicht im Bereich der ich weiß bin ich auch zu dem Stephen Hawking im Team bist du Prozent der Kippe in der Karte ist klar und und er hat das dringend das Spiel ja gut so um die Leute das ist ja wie ein Hund ich weiß nicht wie oft ich ich in meiner Lebenslaufbahn schon verschluckt jetzt kannst du ausrechnen in deinem iq also 0 mal 7 dann hast du nur mal 7 ist 0 das heißt dass ich nur verschluckt naja höre ich auf jeden Fall Nico nicht nur rauchen hallo das Leben geht auch anders hier ja Nico jetzt raucht er schon wieder weil ich hab dir doch gesagt hör auf mit der Kacke ja Hacker ganz klar da hat man ganz klar die Hacks gesehen nein was jetzt Nico erzählt trotzdem mal einen Witz ähm du bist lustig ich wusste dass sowas kommt ja das war jetzt aber kein Witz ja Nico du bist so hässlich man du bist so hässlich aber wie kacke du bist du bist einfach scheiße so sieht's aus Nico wie scheiße bist du eigentlich er braucht mich im Klieg jo wie hässlich ja du auch pocket league ich fink gegen den Koffenfall ich fink gegen den Koffenfall Ich kann es nicht mehr kämpfen, man. Easy. Ich hatte locker noch zwei Bars. Wie kannst du zwei Bars haben, wenn es in dem Clip gar nicht zwei Bars gibt? Nee, komm. Nein, mit dem Schwert nicht. Kannst du bitte deinen Maul halten? Das sind all... Warte mal. 17 Suppen. Nicht 18. Jonas, ich bann dich gleich. Von Timolia, ja? Was? Er ist schon richtig am Heulen gerade. Taschentücher holen. Och man, es macht keinen Spaß gegen dich. Schlecht ist der Ken. Äh, Nico, übersteuere bitte nicht zu. Wart. Bin ich eigentlich noch im Türen drin? Ey, Nico. Famicola ist Evil Chicken. Was? Famicola ist Evil Chicken. Bestimmt. Evil Chicken 313. Ja, was ist mit dem? Ja, das ist der. Wer? Famicola, gegen den du rausgeflogen bist. Ja, komm ey, der ist so schlecht. Jetzt kann man erkennen, wenn man ein Auge für die Resolution einer Auflösung hat. Du laberst schon wieder nur Scheiße. Für die Resolution einer Auflösung, ja? Pixel? Was? 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 Alzheimer. Stopp. Nein, wir lassen. Seid, 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 man hat ja 50k, ne? Du beschreibst noch mehr ins Mikrofon. Ja, sorry. Junge. Du bekommst keinen. Ist das laut? Ne, überhaupt nicht. Erik, Hegel und... Ja? Ich wollte Hallo sagen. Hallo? Einfach, effizient und tschüss. Hallo, Eirik, Hegel und... Was hast du, Mann? Mit deinem Scheiß-Eirik, Hegel und... Hallo, Eirik, Hegel und... Hegel und? Hallo, Eirik, Hegel und... Ich wollte nur sagen, wenn du so richtig im Spritz bist. Der Kerl ist so blöd. Tschüss, Heirik, Hegel und... Okay... Tschüss, Heirik, Hegel und... Ich habe soeben ein Overtime-Goal erzielt. Ist das Finale, ja? Ne, Nico, ist halt Finale. Ja, woher soll ich das wissen? Na guck, du pingst nur weg. Was laberst du, Junge? Ja, was ist er? Ist halt einfach so. Du, Niklas. Das einzig Positiv war an... an deinem USA-IV-Test. An deinem IQ, aha. Mein IQ hängt auch mit meinem HIV-Test zusammen, also. Macht auf jeden Fall Sinn. Was laberst du von IQ? Keiner von IQ gesprochen. Ne, Nico, ciao. Niklas Mutter war schon halt kleiner Junge, hässlich. Du, Blackjack, also der war es auf dem Neues, aber ich auch... Ach, du Scheiße. Du bist so toben. Du hast... das hast du nicht, oder? Du bist so toben. Niklas. Du bist so toben. Nein! Also du... Oh, Niklas. Nein! Nein, ich war zu voll aufs Hupen ausgerichtet, da hab ich richtig... ...karrt. Wir dissen mit einem S oder mit zwei S geschrieben. Dis. Dis. Oh, wie traurig das ist, ne? Eigentlich sollte man dich jetzt dissen, mit Doppel-S, Doppel-H, Doppel-H. Ja. Ja. Er wollte zettern. Ja, Jonas, du hast eigentlich gerade reingeschissen, oder? Hahaha. Oh mein Gott, bist du hässlich. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Wie schlecht kann man sein? 3-0. Äh, ne. Tausend Junge. Kannst du bitte dein Maul halten? Ey, wann kommt eigentlich im TS body joint your channel und wann body entered your channel? Wenn du den als Friend markiert hast. Hä, bist du dumm, Jonas? Oh mein Mann. Es gibt kein Mathematikförderbuch. Boah, Jonas. Es gibt kein Mathematik-Buch. Raus. Komplett raus. Jungs, pack mal Abbruch, 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 Abbruch. Hahaha. Okay, warte, wer bin ich jetzt? Ähm. Es gibt kein Mathematikförderbuch. Es gibt kein Mathematikförderbuch. Hahaha. Hahaha. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt ein Ersterkampf. Kannst du bitte die Schnauze halten? Kannst du bitte die Schnauze halten? Hahaha. Also. Es gibt halt kein Mathematikförderbuch. Es gibt ein Mathematik-Buch für Sonderschüler. Ja. Woher weißt du es eigentlich nichts? Ja, du laberst bloß, weil du eins hast, ganz ehrlich. Alter Maul. 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 Hast du dir mal die Audioqualität anbefuckt? Äh, anbefuckt? Ja, die ist hier auf dem Code, weil die wildes Design hat. Ja. 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 Ein wildes Koala in einer natürlichen Umgebung. Hast du mal auch am Griff. Niklas, komm. Niklas! Was ist das? Was ist das? Nein. Shut the fuck up, kid. Ihr enjoyed DELOS. Ja, der hackt doch. Was die für'n Lack haben. Nice. Hacks. Ich kann nicht schreiben. Guck, die sind Lack. Guck mal, was der für'n Boost hat, Nikko. Da hab ich schon wieder Aggression. Pff. Wiesel. Beide. Beide. Direkt hau mal rein in die Scheiße. Komm. Oh Gott. Nein! Ich bin tot. Der hat gehackt, der hat gehackt, der hat gehackt. Ähm. Man sieht die ganze Zeit, dass Blackjack Ghost Client hat. Ähm. Das würde ich jetzt auf jeden Fall auf... Ja. Darb. Ich hab den Hacker gekillt. Scheiß Hacker. Mann, nein. Ich bin tot, ja. Der hat auf jeden Fall gehackt. Ich hab mich nicht ganz klar gesehen. Guck mal, wie der hackt. Ja, der hackt doch. Eine Ameise. Hackt. Ja, der hackt doch. Guck mal, wie der hackt. Ich hab grad Schokolade gegessen. Der hatte fast, wie man sieht, zwei Herz hatte, aber das kann nicht sein. Du scheiß. Lol, der hackt. Aufhören, Hacker. Tot. Der hackt. Ey, Tim, dein Typ, der hackt. Ja, Hacker, Junge. So, Hacks. Als off. Okay, mir wurden zwei da, ne? Ja, Hacker halt, ja. Nice. Hex. Confirmed. Keine Ahnung. Mal, wie er refilten wird mich, währenddessen mich schlecht, ja, ist ein Ghost Client confirmed, Alter. Oh. Oh. Ja, Hex, ganz klar. Wie du einfach keinen Knockback bekommst. Ich krieg halt wirklich überhaupt keinen Knockback, null. Du kriegst null Knockback. Hey, das ist wie Anti-Knockback, Mann. Ja, Hacks. Okay, da haben wir jetzt gesehen, dass Rackcheck nicht der einzige Hacker hier war. Wie was ist denn? Hacker. Ich hab ja geblutet. Hm. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal irgendwas Lustiges. Ich glaube, ich höre jetzt aufzustreamen. Ja. 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 Vielen Dank.